Willkommen bei DEVITA. Hier im Saarland entwickeln und produzieren wir Möbel fürs Leben. Mein Name ist Frank Deves, ich bin der Geschäftsführer. Ich stelle Ihnen heute die beiden Aufstehsessel Monza und Ulma vor. Hier bieten wir die Kombination zwischen Relax und Liegefunktion sowie Aufstehhilfe und Beinehochlagerung. Die Beinehochlagerung ist sehr wohltuend und entlastet die Venen. Die Sessel sind drehbar und haben drei Motoren. Diese werden über einen Handschalter stufenlos gesteuert. Wir bieten verschiedene Varianten an. Zum einen haben wir sieben Standarddekore, die wir innerhalb von zwei bis vier Tagen liefern können. Sollten Sie ein Sonderdekor wünschen, welches ideal zu Ihrer Einrichtung passt, so ist es natürlich auch möglich. Gerne senden wir Ihnen eine Musterkarte zu. Des Weiteren bieten wir das Gestell in zwei Varianten an. Zum einen als Rundteller, zum anderen als Fünf-Sterne-Fuß. Wir bieten drei verschiedene Sitzhöhen an. 43 cm, 47 cm und 50 cm. Die Elektroversorgung kann über ein Kabel mit der Steckdose erfolgen oder über einen Akku. Wir bieten auch ein sehr weiches Modell an. Hier haben wir eine besondere Schaumstoffmischung, die nicht nur komfortabel ist, sondern auch zu dem Thema Dekubitusprophylaxe hochwirksam ist. Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie an. Wir freuen uns. Oder schauen Sie auf unsere Internetseite.